Hau, endlich hier. Ja, Queen-Schlampe, du! Oh, geil, ey! Oh, ho, ho, ho! Auf den Erfolg hat er das Level geschafft, sondern so trinke ich einen Rauf. Elfgegner, ihr rennt jetzt hier. Oh ja, rein in die braune Grotte wieder, du! Ich denke, wir können raus, Sir. Zeit, zu gehen! Wir pumpen eine Runde. Ja, Mann, ey. Wo war alles raus, ey? Ah. Ich glaube, ich habe das nicht geschafft. Ja, die Stimme! Das hat man gemerkt. Äh, Use! Beate, Use? Ja! Ich habe noch wen abschmeißen, ey. Ah, schimmte Pumpen! Oh, du kaffst das nicht! This is too easy! Noo! Kick da nicht hoch hier, ey! Das ist dem Arsch rumgespritzt! Ah, schick da nicht, ey! Halt ihr ja noch ein Unsichtbar, oder was? So ein Vampir, ey! Ach so, das ist ein Fenster! Hahahaha! Hahahaha! Hör mal! Trink mal das, dann komm, da trink ich ja noch auf, ey! Hör mal! Guck, warte! Oh! Oh! Ja, das war natürlich intelligent halt nicht. Au, scheiße. Ich bin noch eine wert. Na, zum Glück hier ein Nachschub. Ha, ha, ha. Oh, geil, da fällt ja der Arm noch. Der spielt bestimmt gerne als einarmiger Bandit. Ha, 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 ha. Oh, ho. Oh, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Schieße mal auf das Fass, das hinter deinem geheimen Spiegel ist. Okay. Wo denn? Hier oder wann? Das hört zumindest so aus. Ja, lass mal die geheimen Spiegel durch. Ah ja, da. Mama, da haben wir so eine Rätselscheiße hier. Ja. Tja. Dadurch vielleicht, irgendwo muss man durchschießen. Exit kann man das auch sprengen, vielleicht. Was? 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 Oh! Ah, oh Gott. Komm in den Raum rein. Ich zieh auf die Seite, die rechts an die Tür. Alles da umgeht da rein. Geh da. Jo. Ich muss ihn in den Ding einschmeißen. Brauch nicht. Aber warum ist er um ein komisches 3? Kannst du da so eine Haftbombe anpacken? Das hier, oder? Ne, da drüber. Das ist ganz klein. Da hinten in den Viereck ist er, glaube ich. Genau, ja, ja. Ey, über die ist ne Scheibe. Ne, aber da... Du darfst anhaften, so ne Haftbombe. Bring nix. ... ... ... ... ... ... ... Jetzt geht es nur noch ohne Pumpen, was da kommt. Wir sind von Nutzen hier. Das ist nicht schwer. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Okay. Hier muss man wohl rein Gut, das hat nicht wirklich was gebracht Au, au, au Also ne Holz tut jetzt natürlich auch so immer 5 Gramm Na, aber Das ist Mahagoni, ey Die Tür hält sau long aus Mann, ey, wie hier Ja Lass mich mal rumfurcht, nie ein bisschen Ja, furcht mal Ja, furcht mal Ich bin fast Stirig Das war's für heute. 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 Das war's für heute.